Nach italienischem Stil, hier sehen wir die italienischen Bezeichnungen, jetzt probieren wir mal hier Lin-Chipa, das würde dem 8 Fuß entsprechen, hier, das ist ja auch ein 8 Fuß Regista hier, für das obere Manual und so, das ist dann besser zum Zusammenspiel, hier haben wir noch einen 4 Fuß Flauton, ich glaube wir werden mit 8 Fuß und hier können wir noch die 4 Fuß hier in italienischem Stil dazu nehmen, das ist natürlich dann unteres, unteres manuell, also für das Zusammenspiel werden wir 8 Fuß lassen, also für das Zusammenspiel